hallo ihr motorrad verrückten ergänzend zu den euch bereits bekannten demontage und montage videos gibt es hier eine kleine videoserie die euch den inhalt der reparatursätze von kiesern hier bringt also ich zeige euch was ist drin was wird wofür gebraucht heute auf dem tisch der reparatursatz für die kawasaki vn 800 ja schon mal was ja alles mit dabei ist als erstes haben wir hier eine neue teillast nadeln dann haben wir hier eine lehrlauf gemisch schraube und zwar liegt hier schon in dieser reihenfolge wie sie auch zusammengebaut wird die schraube auf der schraube steckt eine feder dann kommt die kleine scheibe und dann ein ohring dann gibt es hier eine neue schwimmer nadel der nadelventilsitz ist im vergaser gehäuse verpresst wenn ihr auf unserem kanal schaut findet ihr ein video mit einer anleitung wie man diesen fest verpressten sitz polieren kann damit es wieder alles ordentlich flutscht dann haben wir ja eine ablass schraube eine lehrlauf düse eine haupt düse den zerstäuber kopf der sitzt also unter dem düsenstock der haupt düse und natürlich die schwimmer kammer dichtung ganz ganz wichtig beim vergaser der vn 800 ist dass es hier noch zwei kleine membranen gibt und zwar einmal die vom air cut ventil und einmal die membran von der beschleuniger pumpe bitte bestellt euch das mit und macht das wenn ihr den vergaser macht auch gleich mit neu ist das air cut ventil kaputt dann knallt beim abtouren aus dem auspuff lauter als ihr euch das wünscht und wenn die membran der beschleuniger pumpe kaputt ist dann läuft unten benzin aus dem vergaser also beides nicht wünschenswert wir verlinken euch das mit in der video beschreibung bestellt euch also mit ja das war es ist ja nur ein vergaser ihr müsst also nur einmal bestellen bei fragen wünschen oder kritik wie immer unsere bitte haut in die tasten schreibt einen kommentar oder natürlich auch gerne eine mail freuen wir uns immer drüber ansonsten wünsche ich dir viel spaß beim schrauben viel erfolg beim projekt bis zum nächsten video ciao